so und okay das und von der luft könnte man das auch machen chapter 2 spielen wir das mal irgendwie hat mir die waffe ganz gut gefallen ich weiß ja nicht als medic kann ich da noch viel ausrichten und flammenwerfer den probieren wir mal aus auf die gefahr hin dass mir das nicht so viel bringt aber 100 prozent okay ich sehe noch keine gegner also noch keine roten dinger attack is left okay hallo und da wofür ach da soll ich hin ach das wären jetzt wellen oder kann das sein wo der hat schon eine ganz ordentliche reichwärter cool und dann brennt es da hinten sogar aber ich glaube da gehe ich mal lieber in den bunker rein oder hier außen bin ich ja wirklich komplett war das gerade eine granate die da geflogen ist oder was war das alter habe ich mich gerade selbst gekillt oder haben die mich gekillt oh man das respawnen ist ganz witzig aber ich glaube wir brauchen mal was anderes oder hier vielleicht die sniper wenn wir wenn wir hier ich vielleicht hier von der seite vielleicht mich hier mehr chancen aber irgendwann müsste dann die ki auch kapieren dass ich hier wenn uah irgendwo von rechts werde ich auch beschossen alter das nachladen ja boah das dauert natürlich ewig lange mit der mit der das nützt nix wenn ich auf dem panzer drauf schieße na toll jetzt sind dann nur zwei panzer aber sonst niemand also wird das nix so wird das nix ich dachte da rücken auch ein paar andere noch vor die ich dann von der seite kriegen kann und da sehe ich nichts durch den wald das gute ist die sehen mich auch nicht wahrscheinlich aber so wird das nix da ist doch einer össer verzieht das boah die steuerung ja jetzt habe ich ihn aber so ist gut alter oh da hat es mich erwischt verdammt also das mit der sniper ist eigentlich cool aber ich bin einfach zu schlecht und die die steuerung ist auch ziemlich schwammig der hat da echt keine ruhige hand gut könnte sagen das ist realistisch hey lag mal sowas machen heißt wieder move here ich weiß aber nicht warum also was ich davon habe okay okay huch das wollte ich nicht vorsicht na super habe ich meinen eigenen mann äh ah jetzt kann ich hier na guck mal nicht hier ja okay okay nachladen aber ich habe keinen ich habe ich habe keinen ähm keinen fadenkreuz oder so ich kann einfach nur so ein bisschen blind in die gegend mitfeuern weiter nach rechts kann ich gar nicht okay jetzt brenne ich vielleicht sollte ich hier weggehen wie kann ich denn boah wie hätte ich denn da jetzt weggehen können das sagt er mir natürlich nicht hm im tutorial sagt er mir dass ich mit W nach vorne gehen kann aber wie ich so ein ding steuere und dann wieder äh da verlieren wir jetzt den punkt ich weiß es nicht stand doch irgendwo wie viele attackers noch left sind äh wie viele noch übrig sind aber so viele können es doch gar nicht mehr sein okay der ist down ah 24 da steht es ja wie kann man denn ich versuche das mal mit einer granate aber ich weiß nicht ob das geht na so richtig nicht anscheinend ja okay wahaha tschüss wenn der da mit seinem rohr da steht ich weiß nicht wie man funktioniert das also es ist was explodiert aber habe ich noch eine granate nö boah da rechts war ja auch noch Panzer oh 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 shit shit eigentlich geht das schon ganz gut mit dem hier jetzt muss ich natürlich den ganzen Weg wieder hinrennen oh warum spawn ich denn so weit hinten vorne vorhin war ich doch auch weiter vorne oder ist der Flammenwerfer gegen die gegen die Panzer kann das sein ich weiß es ja nicht wahaha das war einigermaßen knapp so warten wir ein bisschen äh ich hab keine keine granate mehr äh soll denn hier mal noch granaten nehmen hallo ein Messer könnte ich auch noch nehmen alter ach komm ich jetzt bleibe ich hier wieder hängen geil ich bin fast tot jetzt habe ich den habe ich da reingeworfen sagt er mir wieder move hier aber was soll das was soll ich denn da boah ich hab ich hab doch wirklich jetzt drei Schüsse reingeht getroffen uah okay mich gerade ganz komisch zur Seite bewegt na granate habe ich natürlich nicht okay der ist weg der ist weg nachladen alles ist komisch also da hat mir die erste Map irgendwie besser gefallen mit diesem Vorrücken oder das erste Kapitel naja wir probieren hier mal so verschiedene Sachen aus es ist ja mehr ein Test als ein Let's Play okay aber so werde ich das nicht überleben wie weit kann ich hier eigentlich vorrücken alter da hinten sind sie alle das sollte ich vielleicht vermeiden shit 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 ich probiere das jetzt mal nochmal mit dem Flammenwerfer vielleicht können wir da was gegen die Panzer ausrichten weil irgendwie irgendwie ein Raketenwerfer habe ich jetzt nicht gesehen okay ich muss mal hier runter damit ich in Deckung gehen kann so jetzt versuchen wir das nochmal elf Attackers und tschüss oh ho 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 da habe ich ihn gegrillt Junge jetzt brennt der Panzer Jawoll. Jetzt schaue ich mal, ob ich den anderen auch so down kriege. Uuh. Okay, der Panzer rollt aber noch, obwohl er brennt. Boah. Das ist ja blöd. Tag. Okay. Das war dann doch zu mutig. Aber kriegt man die gar nicht? Probier mal das hier, was auch immer das hier ist. Ui. Okay. Okay. Ich habe keine Ahnung, was das für eine Waffe ist. Boah. Aber es hat irgendwie keinen Schaden gemacht. Was macht denn der Engineer? Super. Jetzt verlieren wir den Punkt, obwohl der Gegner gerade mal irgendwie noch zehn Leute hat. Das kann aber nicht sein. Boah, das geht jetzt aber rapide runter. So schnell komme ich doch da nicht hin. Und ich bin fast tot. Und wir verlieren das Ding aus irgendeinem Grund. Wahrscheinlich habe ich zu viel rumgeblödelt. Hallo? Okay. Ich habe es wieder aufgehalten, glaube ich. Okay. Wir gewinnen wieder ein bisschen Prozente dazu. Jetzt darf ich nur nicht sterben. Okay. Wir fliegen dauernd, wir fliegen dauernd so Popcorn durch die Gegend. Ja, der ist ja auch immer noch da hier. Okay, aber wir, wir kriegen wieder Prozente dazu. Hä, und der ist ja auch noch da, der Panzer. Ich verstehe nicht, wie man diese Panzer platt machen soll. Also mit dem Flammenwerfer ging es nicht. Mit Granaten ging es nicht. Die sind einfach unzerstörbar. Oh, super. Na, super. Okay, aber wir, wir kriegen den Punkt zumindest wieder zurück. Da komme ich überhaupt durch. Ja, okay. Hä, wo bin ich denn gespawnt? Wirklich komplett am anderen Ende. Wahrscheinlich schaffe ich es jetzt noch nicht mal lebend dahin. Alter. Attackers Left, einer. Wahrscheinlich der eine Panzer, oder? Ich habe gar keine Granate mehr. Oder? Nee. Null Prozent? Okay, jetzt, jetzt müssen wir vorrücken. Okay. Okay. Ach, gehen jetzt, sie ziehen sich zurück, kann das sein? Und ich bin tot. Na gut. Ich will auch so ein bisschen das verstehen, was da hier überhaupt vor sich geht. Also kann das sein, weil wir jetzt das lange genug verteidigt haben, dass sie sich zurückziehen? Also das wäre so Einzige, was, was ich mir vorstellen könnte. Was, was hier Sinn ergeben könnte. Aber ich weiß es nicht. So, und jetzt müssen wir wahrscheinlich zum zum nächsten Punkt. Aber ich laufe da erstmal in die Panzer rein. Ja, super. Jetzt, ich muss mich ja auch erstmal orientieren, wo ich überhaupt spawne. Jetzt bin ich nämlich ziemlich weit vorne. Komm, machen wir mal sowas hier. Was ist denn der? Aber mich treffen die natürlich aus der Distanz. Ich sehe ja noch nicht mal, wo die Gegner sind. Sie ziehen sich irgendwie zurück. Da links sind wahrscheinlich... Ja, das sind die Panzer. Okay. Ja, dann stürmen wir doch einfach mal hier vorwärts. Alter! Von wo denn? Von wo? Der Panzer da links? Ich meine, ich renne und werde hier abgeknallt. So, jetzt sehe ich mal überhaupt erst mal wieder ein bisschen Gegner. Alter! Weil der feuert doch in eine ganz andere Richtung. Ich weiß nicht, ob das was bringt, wenn man auf den einfach so draufballert. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Aber mit einem Flammenwerfer ging es ja auch nicht. Ach, da ist noch ein Panzer. Okay, das wird natürlich jetzt brutal. Das wird jetzt nicht mehr so einfach. Den Punkt verteidigen war einfacher, glaube ich. Ich glaube nicht, dass ich sowas treffe. Okay, jetzt stellt sich der Panzer vor die. Und jetzt werde ich hier beschossen. Ich versuche mal hier außenrum zu rennen, aber das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Moderate Injuries. Okay. Boah. Ich weiß auch nicht, hat der eine Ausdauer beim Sprinten? Oder wie sieht's aus? Sind da in dem Gebäude auch welche drin? Oder nicht? Weiß ich halt auch nicht. Open Door. Ich weiß nicht, wer das eingesprochen hat, aber ich glaube, es waren keine Deutschen. Hört sich fast so ein bisschen osteuropäisch an. Okay, also das ist jetzt gerade richtig halb gecheatet von mir. Wahaha. Da musste ich nochmal nachladen. So. Aber den Punkt erobern wir natürlich so nicht. Ich hab keine Granate. Verdammt. Ich müsste die jetzt looten. Ja, die Tür öffnet sich komisch. Aber das nützt mir nichts. Wenn ich da draußen bin, werde ich ja von den Panzern sofort... Alter, wo kommst du denn her? Vielleicht könnte ich den looten. Okay, da hinten kommen schon die Nächsten. Und dann... Weck meine Franke! Wahaha. Bisschen so... Zickzack gehen. Okay. 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 Habe ich doch getroffen? Gibt's doch gar nicht. Komm. Aber ich glaube, es war nicht so vorgesehen vom Spiel, dass ich hier einfach von hinten aus reingehe. Okay, ich habe keine Ahnung, von wo ich jetzt getroffen wurde. Und wo spawn ich jetzt? Ganz da hinten. Na super.